Herzlich willkommen im Auto aus Inoklo, dem größten Gebrauchtwagen- und Neuwagenhändler hier in Rüsselsheim. Mein Name ist Thorsten Reck, ich begrüße Sie recht herzlich. Heute präsentiere ich Ihnen den Ford C-Max. Zu den Details kommen wir sofort. So, dann kommen wir zu den Details beim Ford C-Max. Park-Distanz-Control, LED-Tagfahrlicht, Privacy-Verglasung, Leichtmetall-Felgen mit ganz Jahresbereifung. Schauen wir mal in den Innenraum. Fünf-Gang-Schaltgetriebe mit Navigation. Ein großer Kofferraum, Platz für die ganze Familie und das Gepäck für die Urlaubsfahrt. Und nun kommen wir zur Innenausstattung des Ford C-Max. Angefangen über Sitzheizung, getrennt regelbare Klimaanlage, Navigationssystem. Und natürlich auch im Ford C-Max das Multifunktionslenkrad mit Spracherkennung und Tempomat. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.